Ich glaube, dass es im Moment schon konjunkturell ein bisschen schwieriger wird. Zwar ist die Stimmung hier auf der Messe gerade noch sehr gut, aber dass es sich eintrüben wird, das deutet sich schon ein bisschen an. Die große Frage ist quasi, wie, ob und wie schnell der Handelskonflikt zwischen China und den USA gelöst werden kann, weil es wirkt so ein bisschen, als würde man abwarten. Und würde der Konflikt gelöst werden, glaube ich auch, dass es relativ rasch sich wiederholen würde.